Geil! Einfach... Crap's geschlossen. OBS ist besser. Das ist ein Metall-Koyote hier. Geil, Benno! Wir sind in den Daedys! Prüfstrecke! Ein Fischteil. Kann ich mich aber nicht daran erinnern. War wirklich Null. Aber vorhin damals schon hintereinander, ne? Richtig. Abstand, aber... Wir werden das jetzt wieder so toppen. Die Reihenfolge stimmt auch. Ja, noch. Für dich. Junge Biene, wo muss ich dir langen? Weiß ich doch nicht. Und hier diens da drauf. Boah! 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 A7X1893. An den Typen werde ich mich auch immer erinnern. Hä? Wo geht's jetzt hier lang? Das ist die Frage. Frag doch einfach den Metall-Koyoten. Warum? Ah, links. Also ist die Strecke gut. Ich glaub wir haben zu der Strecke gesagt, die ist geil. Safe. Muss man jetzt hier runter herfahren oder was? Wo muss man lang? Weiß ich doch nicht. Du hast doch grad den Weg. Keine raus. Ah, hier. Ich hab's. Easy. Fünfzig Sekunden jetzt. Hä, und dann? Links und dann nochmal rechts in der Brückwelle. Mir gefällt die Strecke mega gut. Ich glaub's gar nicht. Ich find die geil. Weil die vom Metall-Koyoten ist. Weil da unten die Strecke blauen bist. Einfach nur weil die auf dem Wolk ist, aber das sind solche Strecken. Du erinnerst dich da nicht dran, aber... Anscheinend bist du mal jemand. Durch die geilen Replays, die ich alle hab, können wir jetzt sehen, ob wir die mal gefahren sind oder nicht. Die wär auch in Vergessenheit geraten. Boah. Kann man jetzt mal unsere alte Zeit da schlagen? Nein, kann man nicht. Weil man in Sasser fällt. Geil. Letzte Kurve rausgeflogen. Letzte Kurve vorbei. What the fuck? Warten, falsche Richtung. Nein, das heißt, wrong way. Mann, Alter, wo kommst du denn her? Ich hab keine Ahnung. Wer ist denn da entgegen? Das ist wirklich nass. AHHHHH! Ach so, ja okay. Jetzt hab ich's auch so rass. Ich hab'n Dädi! Ich hab'n Dädi! Ich bin hinter Kritz! Scheiße! Sind die denn um 11 Uhr wieder raus? Den Kritz, den hätt' ich aber gerne geschlagen. Ja, jetzt geht's. Der Kritz! La Kritz! Der Kritz! Tower 2 Timer. Hä? Musst du dich da nicht draufschlagen? Den hab ich einmal auf Miele gesehen. Der ist auf Miele. Geil. Oder einmal hab ich den gesehen, genau. Kannst du ja? Kannst du ja? Kannst du ja? Ja. Musst du ja? Ich bin hier auch Punkte zu sammeln. Du sitzt hier links beim Sprung. Martin, Alter! Dann musst du seine Kurve hier nehmen. Ach so, ja okay. Und dann musst du hier rechts nehmen. Der Junge ist links. Ohi. Bild doch mal ein bisschen. Ja, wir auch nicht. AHHHHH! Mein, fang mal, das geht was, ey. AHHHHH! 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 Grimmst du? Twister! Twister! Warum lebe ich eigentlich in... Mal, Alter, was ist das hier? In wem? Im Mal. In deinem Mal. In deinem Mal. Mal doch mal ein Bild! AHHHHH! 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 Da muss ich ja gerade 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 aufstehen. Frag einfach Shorty vor Karin. Wie heißt das? Grimmen... Nasta... Grimmen... Grimmen... Was verstehe? Wie heißt der zwischen uns? Grimmister, ne? Toyota Yaris Grimmen! Geile Karre. Karin Automobili. Fuck. Ich bin immer gegen dieselbe Ecke geknallt. Die Strecken davor besser. Muss ich als wäre, muss ich sagen. Was? Sind die Strecken davor besser? Ne, ich fand die mega geil. Das waren so richtige... Tryharter-Strecken vorher, wo ich einfach immer angeeckt bin. Und ich einmal angekommen bin. Ja, ist auch so eine Tryharter-Strecke. Echt? Muss ich auch nochmal fahren. Ja. Junge... Bei den Nachbarn feiern voll die Garten-Party. Was soll das denn? Ja, bei uns auch. Nervt mich ja komplett. Mit Hitler in den Fischer die ganze Zeit. Ja! Junge, haben wir dieselben Nachbarn oder was? Ne, ich weiß es nicht. Vor allem, die Alte sieht aus wie die größte Hexe der Welt. Geil! Geil! Drei noch mehr rum. Geile Strecke. Geil, man. Ich liebe die Strecke. Och, nä! Das wäre so eine Leuchttrecke für... ...Mmm... ...Coriners, ja. He, lol. Oh, wieder ins Loch. Ey, was ist das für eine Schicht? Fahr die doch erstmal. Ja, ich fahr die doch gerade. Nein, wäre es hier nicht zu Ende. Jawoll! Der Martin ist doch im Ziel, Alter! Ey, vor allem mit was für einer Astro, ich wollte schon sagen, Alter. Wieder in diesen Checkpoint. Oh, hier muss ich den trotzdem doch fahren. Au. Ins Loch gefallen. Martin ist Erster im Ziel. Ich bin der Zweiter. Martin ist auch mal Erster. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Martin ist immer noch Erster. Ah, ja. Er ist Erster. Vor allem, ich bin ins Loch gefallen und unten einfach weiter gefahren. Das ist der Skill. Ich liebe die Strecke. Wow, ist die Strecke gut. Boah, jetzt fahr ich rückwärts oder was? Das ist für den Scheiß. Ich will nicht rückwärts fahren. Das sind halt die Strecken, wo man immer angeeckt ist vorhin. Scheiße, du. Ja, da muss man wenigstens was können. Ja, ja auch. Was geht's? Lass den. Airbrake. Warning. Hole in the middle. Ich will nicht wissen, wie viele Leute an den Pole da am Ende geknallt sind. Was für ein Pole am Ende? Ja, wirst du ihn? Wie der längst hinkommen würde. Nein. Alter, beschleunige doch mal anstatt eine Vollbremsung hier hinzulegen. Warum haben wir eigentlich für ein Plugin zum Boaten? Weil da oben eine recht Lücke dafür frei ist. Ja, richtig. Wie ungewohnt, wenn da oben steht. Dritter im Checkpoint. Ja. Dottie. Okay, die V-Klasse fährt weg. Was ist das? Klaut die in unser Auto. Fluchtwagen. Läuft. Haltbar. Nicht. Mit einem haltbar, ey. Ja. Richtiger Lenny. Der erste Checkpoint ist auch mega sinnvoll, kann das sein. Ja. Vielen Stecken gibt sowas. Vielleicht ist der Hyde-Ballet. Und ich verliere im ersten Checkpoint schon 0,05 Sekunden. Gut, dass hier Checkpoint gibt. Das war doch mein Ziel, man. Spannung für dich. Ja, ich weiß auch nicht, wie die... Oh, vielleicht stellten wir mal diese Pöller hin, ey. Äh... Warte, äh... An dem Loch vorbei? Wie machen wir das? Ja, ich zumindest. Auf jeden Fall nicht rein. Dann bleiben wir da pro, dass wir... Ja, okay. Okay. Oh... Egal, was wüssten. Nein, sonst hättest du jetzt in die Gitarre aufm Arm. Hm. Ja, du musst ja deinen Charakter ändern. Nee, ich musste einfach ein neues Profil kaufen. Ja, und hättest du auch einen Mann machen können. Mann, was soll das denn? Warum schaff ich das denn beim ersten Mal? Was hätt ich? Hättest du auch daraus einen Mann machen können. Ah, aus dem Profil. Nein, ich wollte eine Frau haben. Okay, Eggers RIP. Nein, den sieht man noch. Wenn du unter Freunde gehst, wenn du ein Rennen startest zum Beispiel, dann siehst du, wie der seinen Hut vor seinem Gesicht hat. Mit deinen Account nicht gelasht. 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 Ja, aber trotzdem siehst du das noch. Man sieht auch bei dir noch deinen Charakter. Ich bin übrigens auch auf Platz 24. Wollen wir das so sagen, ne? Achso. Sein zweiter Account. Ich hab einen im Kunstgek, weil der heißt Benno. Geiler Typ. Das ist voll korrekt. Alle Bildung sind korrekt. Richtig. Richtige Frauen verstehe. Ich sag da mal nix zu. Was? Ich sag da mal nix zu. Sagst du. Ja. Ja. Boah, das bin die Scheißstrecke schon wieder um. Die ist mega geil. Die ist mega geil. Unter 23 nehme ich eh gar nix. Was, was denn? Ich sag da mal nix zu. Ja. Das ist mega geil. Und wenn du weg bist, dann ist das irgendwie gar nix zu. Das ist gar nix zu. Ich glaube schon wieder so ein DVD-Sammler. Die Gewinntruffeln wieder. Dann schreib doch nix rum. Alter ihr seid 50. Was feiert ihr denn für ne Party? Nehmt ihr Drogen oder was? Alter. Eherzere als du. Aua. Oh yeah. Links oder rechts? Geile Schmecke. Geile Strecke, wenn du sie hassen. Ich hasse sie jetzt schon. Ich weiß schon, wie ein Leute davor steht. Auch Bienchen ist sie gefahren. Nein, du hast sie jetzt, in dem Moment, wenn du es jetzt siehst. Und gehasst. X-Berg 2.0 So, das war mega gut. Halt's ab. Ich hab nur den Anfang verkehrt. Alter. Naja, mega gut nicht, ne? He, drüber geflogen mit ner 12 irgendwas. Man, hat sich da ein Ziegel jockelt. Hä, warum hast du denn keine Zeit? Hä, bin ich dumm. Du bist nicht richtig drin, oder? Ne, na egal. Junge, ich muss meine Chips essen und dabei fahren, das ist schwierig. Junge. Der Hubschrauber ist endlich weg. Was, Purzel oder Wurzel auf zwei? Wurzel, warum? Wurzel. Vielleicht ist es HP Baxter. Martin, kannst du bitte Bienchen schlagen? Herzen, Herzen, hörst du? Nö. Nö. Das Auto kann man in der Luft nicht steuern, oder? Doch. Achso, okay. Du musst dann bremsen. Du kannst kurz bremsen, dann stabilisiert es sich. Das nennt man übrigens Airbrake. Und du kannst Gas gehen, dann fliegt der weiter. Und du kannst bremsen, dann fliegt der Kürzer. Ja. Komm schon, das ist doch ne Raufelstrecke, oder? Was? Was denn passiert? Okay. Bei einer Strecke. Bei einer Strecke. Mhm. Macht Spaß. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. What the fuck? Oh, deine Strecke ist doch Glücksberg-Zeitung drin. Nein, was? Glücksberg ist auch meine Strecke, da ist auch reich. Ja, nur einmal. Nein. Ja, mach doch nochmal. Mach ich. Morgen. Aua, mein Ziel geflogen. Jetzt fahr jetzt so ne Raufelstrecke. Mein Gott. Komma, Honne, Alter, bring das doch mein Ziel! Nein! Ne 80! Oh mein Gott. Hallberg. Hallberg. Norberg. Norberg. Norberg! Hahahaha. Wieder eine 90. Geiler Team. Geil. Gibt doch Gas, Junge! Gas! Die Tast ist kaputt! Dann hol doch mal den Tastenhauer. 74 gefahren. Das glaube ich jetzt nicht. Ach ja, und dann boostet er sich dann extra hoch. Sophia Naxos. Ich hoffe, wir sind in Deutschland. Aus Deutschland! Äh... Daneben. Das war übrigens ganz gut. Das war eine 12.15. Leider ist es nicht ins Ziel gebracht. Boah, ich hab dich verbessert. Aber der Maarten bringt das ins Ziel. Und tschüss. 76 gefahren. Hä? Das stimmt gar nicht. Ich hatte gerade eine 14er Zeitung. Du fährst den Anfang auch schon falsch, Maarten Garten Spaten. Alter. Ist das eine Wäude hier? fill an. Sophia! In 74. Ey! Jetzt geh ich den Anfang gar nicht mehr hin. Jo, Maarten, was machst du denn da? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst Bienchen schlagen? Aha, ich bin doch dabei, langsam, aber steht nicht. Das nehme ich meinen Vibe-Account. Oh nein! Der Uwu auf 12. Ne, was ist das? 73. Na toll! Drübergesprungen. Was eine Dreckskacke hier. Ja, ne? Easy win. Trotzdem scherz die Strecke. Nein, ich fang gerade besser. Der Ben und er nimmt mir die Siege wieder weg gerade. Mission Knights Green Spy. Gar nicht so gut. Sango. Beanshitting Legende, warum auch ich hab? Ja, war sogar gespendet. Junge, Kanutschrauber mehr da. 100 Koppa? Mhm. Mhm. Och, ich erinnere mich. Als ob. Ach, die war scheiße. Ne. Ich fand die Animation schon geil. Von der Strecke. Ne, dann fahren wir zwei Meter. Ja, jetzt. Ist doch voll geil, ist einfach mal was anderes. Enemy spotted. Aua. Oh mein Gott. Alter, das flasht da richtig deinen Kopf. Ah, enge Kurve. Oh, was ist das denn für eine Dreckskurve? Das ist die Wasserspielkurve, ist das. In der jetzt sind sie. Mission Complete. Geil, 30 glatt. Ganz den Glückwunsch. Sieht ganz geil aus. Verbesser mich jetzt nicht mehr. Geil, die Zeiten. 81, 90 und 30. Echt gut an. Guck, weil man hier den anderen Weg fährt, ne? Was macht denn der dann? Was ist den anderen Weg? Wenn man irgendwie an den Looping herfährt. Geht's aber ab, ne? Oh ja, wo stimme ich? Ob der war kürzer oder wo? Ist hier überhaupt ein Checkpoint? Naja, ein. Und der ist genau da unten. Läuft. Wo ist der? Ach, da. Na gut, da kommst du natürlich auch nicht hoch. Alter, was war da? Alter, was war da? Huwe! Voll weggefetzt! Back to Headquarter. Boah, fuck, Alter. Das ist drackend. Ein Roffelstrecke ist das. Ja, dann zeig mal wie Roffel sie ist. Beautiful people! Dankeschön. Trottern, die Seine, klar. Boah, Martin, was machst du denn für'n Trick am Anfang? Ich will hier durch den Looping fahren. Und dann? Dann holt man aber doch nicht so aus, oder? Klar, weil du sonst nicht auf die Seiten kommst. Achso. Die ist ja so ein bisschen dober und dann festbiegen die eine Wand. Die ist ja so ein bisschen weg. Ach, Falschgelenk. Fuck. Nein. Okay, der Benno cuttet hier wieder was. Boah, was ist ein Dreck. Ne. Die ist cool. Ne. Meine Damen und Herren. Was hat der erste eigentlich für'n Namen? Ich seh' den gar nicht. Mission complete. Boah, war das schnell, Alter. Ja. Das geht mir zu schnell. Lecker fährt der jetzt so ne 33 oder so. Nein, das nicht, aber... Der erste ist der Namenlose, oder? Der Weg durch den Looping war ja so schnell. Es ging ja so schnell, es war so zack. Weiß'n, keine Ahnung, ich weiß... Warum wird das denn in den Dunkeln? Wäre ja gar nichts. Hehehe. Wo muss ich ihn überhaupt langen? Was? Am Ziel, oder was? Oma, beim Epic Games Launcher kriegst du ja jede Woche ein Spiel geschenkt, so ne? Spiel. Da wurde irgendwie die letzte Woche ein Horror-Game geschenkt. Ne? Hab' ich vorhin gespielt? Junge. Und dich voll eingepisst. Nein, da war gar nichts. Ich hab' das Spiel nicht gerab'n. Hallo? Hallo? Wo ist denn die Horror-Szene jetzt? Eine Minute zwanzig, Junge. Das sieht doch auch mal gut aus da rechts. Fühl' ich da rückwärts. Ach, fuck, Alter. Ein, zwei, gibt's eigentlich Punkte auf dem Server? Gibt's eigentlich gute Spiele geschenkt oder bekommt man nur so scheiß Spiele geschenkt? Was? Gibt's da auch gute Spiele zum Verschenken oder nur so scheiß Spiele? Ja, letztens war Satisfactory. Nö. Aber... Halt immer unterschiedlich. Aber Trickmania verschenken die nicht? Ja, weil die's gar nicht haben. Ja, weil das zu geil für die ist bestimmt. Das ist meine Kindheit, ja? Jackmania? Ja. Früher immer am lokalen Netzwerk gespielt. Er hangt immer am Netzwerk. Ach, schade. Noch mal angeeckt am Schluss. Das ist ja schon vorbei hier. Ja. Kommt jetzt mal irgendwann Rainbow oder so? Ja, müsste jetzt kommen. Banamerikaner. Hört sich aber gut an. Ich glaub ich hab die Strecke nur wegen dem Namen behalten. Ja. Haben wir ihn hier. Meinst er auch. Ach, die war das. Jetzt kommen hier solche Fullspeed-Strecken. Die hab ich nämlich auch mal draufgepackt. Einfach. Alter, Bienchen hat richtig Bock gehabt, ne? Bin ich jetzt gleich in den Delis. Alter. Richtig Bock gehabt, der Junge. Die Jungen. Keine Ahnung. Krass aus Shit. Oh ne, wieder so Wallrides. Warum hab ich die Strecke überhaupt reingepackt? Oh, Frank. Sagt er und fährt hier durch wie so ein junger Kunt. Ich bin vom Gas schon gegangen. Oh ne, Alter. Satte. Das ist auch so eine Benno-Wallride-Strecke. Ich hab mich immer aufgeregt über die Scheiße. Ich sag ich, ich hab die nur wegen dem Namen drin gelassen. Au. Aber den Valdi auf 2, den kenn ich auch noch von irgendwo her. Den kenne ich auch noch von irgendwo her. Ich frag mich wohl jetzt nicht von oben. Ich glaub das war so ein Fullspeed-Champ, der Typ. Der war auf diesem einen Server, wo wir immer gespielt haben, wo wir diese ganzen Fullspeed-Strecken her haben. Mhm. War der immer ganz gut. Boah, fuck. Aber ich meinte Destino Fullspeed oder wie dieses Essen? War das, äh, Destino Fullspeed? Glaub ich schon. Ja, ne? Die Strecke ist ja echt gar nicht so geil, find ich. Ich hab nicht mal Bienchen getoppt. Hä, gibt's hier nen Cut? Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, Junge, Alter. Boah, die sind so lecker, ne? Die stinken so nach Scheiß, Alter. Die schmecken aber so geil, ne? Ey, gibt's hier nen Cut? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh. Oder bin ich einfach nur mega behindert gefahren, gerade? Kann doch nicht sein. Toll'n Gras gegangen? Nee. Ich bin jetzt eigentlich ganz gut durchgerasht, muss ich sagen. In dem Versuch. Es ist ein Wunder, ich mich kann. Tja, aber dann weiß ich ja auch nicht. Ich. Auch wie lang geht denn der ist, der Scheiß war, ey? Ich bin schon dreimal verkackt. Muss ja langsam mal gut sein. Boah, Alter. Hä, wir sollen mit einem wieder runterkommen, Alter? Du bist ja viel zu schnell. Ähm, ne. Ach, okay. Du bist ja gar nicht perfekt durchgefahren. Hä? Nein, Scheiß. Ich komm nicht aus, wir gehen. Loll. Du bist so eng geblieben. Bist du dich gerade perfekt durchgefahren? Joa. Also 33 mit irgendwelchen Fullspeed-Tricks geht bestimmt, aber keine Ahnung wie die gehen. Loll, richtige Benno-Strecke. Da bin ich raus bei sowas mit Walrides. Ich hasse Walrides. Die gab's im ersten Trackmania noch nicht. Da bin ich mit aufgewachsen. Ich bin immer zu schnell, Alter. Ich bin immer nur der Desert-King gewesen, weil ich immer Desert-Strecken gebaut hab. Bist du ja? Alter, wie viele Desert-Strecken ich hatte? Ich bin in letzter Zeit mal die ganzen anderen Territorien gefahren. Alter. Weil die Coaster am meisten. Alter, die Desert-Dinger, Mann. Die Hammer. Das ist auch echt immer noch meine Lieblings-Klasse in dem Spiel, ne? Desert. Ich hab's gesagt. Ich bin Coaster am besten. Coaster, den SLR. Ohne Grip. Und mit so nem komischen Fahrverhalten, was richtig behindert ist. Ja. Und der irgendwie 500 Millionen PS hat? Wenn der übern roten Turbo fährt? Ja. Hast du immer Distanz gemacht? Nein. Die war immer krass. Ich hab ihn nur als Bronze beim ersten erreicht. Halt. Ich weiß nicht, wie Stunts gehen, ey. Ich mach ja manchmal so ein Schädel mit dem Mix und das war's so. Ja. Na gut. Kannst auch nicht zufrieden sein mit. Boah, fuck. Ich hab den Wall-Wide verkackt. So, letzter Versuch. Der eine ist aber auch ganz schön eng, diese eine Stelle, wo man dann den Wall-Wide fahren muss. Binding. Wie soll man denn so schnell da hochfahren dann? Martin, was geht? Junge, ich bin bei dem, wenn man auf den zweiten Wall-Wide drauf fährt, dann bin ich immer viel zu schnell und schieße voll drüber. Boah, nee, fuck. Ich bin zu früh runtergekommen. Du musst halt ein bisschen früher runterfahren. Nein, ich bin zu früh runtergekommen. Ich war erster im Checkpoint. So gut sich jetzt über den Videoaufnahmen. Nein, beim Frau-Fahren bin ich zu schnell. Bei 690 Tavares, unter Schichtze, 96 Lau. Du bist auch schon lauch. Ja, Rainbow. Ich glaube, was geht eigentlich bei den Ranks ab da oben? Ich glaube, ich hab die Strecke garst. Was ist denn Rainbow überhaupt? Das ist irgendeine komische, kleine Strecke, die irgendwie in deinem Bereich fällt. Ach so. Auf jeden Fall ist all je dritter. Finde ich ganz geil. Korkant? Ich bin vor Kork. Bist du die auch durch Zufall gefahren, oder was? Mhm. Läumer, das stinkt nicht rein. Abgekühlt.